Jo, servus Leute, jetzt führ mich den Güterzug durch, heute in Großkotzburg, Leute, das ist der BR 193er, 234er Zug ist es, Leute, da ist er schon. So Leute, ich hoffe es hat euch mal ein Video gefallen, wenn euch das gefallen sollte, gebt einen Daumen hoch oder abonniert mich, ich habe es auch in den Kommentaren, ich bedanke mich fürs Zusehen und bis im nächsten Video, ciao.